Es gibt gute Spiele und es gibt auch schlechte Spiele. Ich spiel schlechte Spiele und davon gibt's echt voll viele, yeah! Spiel doch mal PokéDraw! Alles klar, Freunde, toben wir uns jetzt ein bisschen kreativ aus und nicht blutrünstig, sondern kreativ. Ja, wir malen heute auf PokéDraw. Auf PokéDraw gibt es so, da wird ja gleich ein Pokémon gezeigt und ich muss es nachmalen und erwartet jetzt nichts, nichts verrücktes, lustiges, weil ich bin schon ziemlich gut im Zeichnen. Ich habe eine Woche lang Bob Ross Streams geguckt und ich will mich jetzt nicht zu den Künstlern zählen, aber lass uns einfach mal anfangen, lass uns einfach mal anfangen. Kaputops, alles klar, der ist ganz simpel. Guck mal, wir fangen jetzt erstmal mit dem Happy Little Kopf an. Hier, der ist ja nicht ganz rund, wenn man genau hinguckt. So, da sind die Zacken auf jeden Fall und hier ist das Auge. Das ist jetzt nur grob, das ist nur grob, Leute, das ist nur grob, das ist nur grob, das ist nur grob. Zack, hier ist auf jeden Fall ein Schatten und das Auge. Das ist rund, das ist natürlich der komplementäre Kontrast zu den anderen Bananen. Okay, alles klar, jetzt kommen die Brustmuskeln. Hier sieht man auch den Hals, den darf man nicht vergessen, der wird öfter mal vergessen, verdammt nochmal. Hier sein Geschlechtsteil, die Beine. Jetzt habe ich mich ein bisschen zu sehr ausgelassen. Jetzt, und hier die Sichel, alles klar, und hier die andere auch. Alles klar, gut. Gut, hier haben wir einen Kaputops mit einem sehr ausgeprägten Geschlechtsteil. Ich würde gerne ein weiteres Pokémon zeichnen. Ah, Seeking, Goldking. Okay, okay. Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Sunlight Yellow und werde mal anfangen, jetzt nur die Ronturen zu malen. Alles klar, da, so. Perfekt. Und hier schattieren wir erstmal das Ganze. Das werden wir gleich erstmal wegtupfen, ja? Einen Moment, gib mir einen Moment. Ich bin fertig. Ich schwöre, das war kein Photoshop. Okay, Kleinstein ist kein Problem. Pass auf, wir fangen erstmal an hier. Erstmal, erstmal. Natürlich kann man hier nicht die Dicke auswählen. Okay, pass auf, hier ist seine Faust, verdammt nochmal. Die hat ein bisschen trainiert hier, ne? Seine Beine hat er auf jeden Fall nicht trainiert. Das ist Kleinstein. Guck mal, das sieht echt gut aus hier, diese Stelle. Die müssen wir auf jeden Fall gleich ausarbeiten. Okay. Der guckt ein bisschen fieser. Der guckt weg vom Gegner. Hm, cremig, cremig. Hier, ich hab mich ein bisschen ausgetobt, weil... So, pass auf, pass auf, pass auf. Und er hat hier sein Blutroft aus seinem Mund von seinen Gegnern. Und hier hat er gerade einen Gegner zerquetscht. Und hier ein paar Bewegungslinien. Bäm. Alter, seht euch das mal an. Vergleicht das mal mit den anderen Kleinsteins hier. Was ist hier an einem Kleinstein, verdammt nochmal? Okay, ich würde sagen, hier erkennt man das noch ein wenig. Aber der Rest ist unkenntlich. Okay, der nächste. Alles klar. Wir fangen jetzt mal... Wir versuchen den Mittelpunkt... Vom Mittelpunkt zu finden. Und das ist... Ich hätte vielleicht vom Innen anfangen müssen. Alles klar, alles klar. Da kamen schon ein paar Prost. Du hast mir alles beigebracht. Ich will dich nicht enttäuschen, Bobby. Okay, hier ist der Körper. Oh, da kommt wieder Fäuste. Ich hab großes Problem mit Fäusten. Mann. Gibt es kein Pokémon mit Happy Little Trees? Das will ich noch hinbekommen. Okay, hier da. Da ist der Sauge. So. Hier ist der Fuß. Aber ich zeichne den Fuß nicht ganz, weil... Verdammt nochmal, was ist das? Oh. Gooooot. Alles klar. Und hier hatten wir noch ein Nidoran. Ah, ich Idiot. Ich hab das Wichtigste natürlich vergessen. Sonst erkennt man ja nicht, ob es männlich oder weiblich ist. So. Jetzt ist es eindeutig. Alles klar, nächstes Spiel. Spiel mal Mörder. Aber das mit den Königen... Okay, dieses Spiel heißt Mörder und wir sehen dort einen König. Ist das die richtige Version? Befriedige ich dich damit, wenn ich diese Version spiele? Ich hoffe es sehr. Gut. Wir legen jetzt los und müssen diesen König umbringen. Und mir gefällt jetzt schon diese Musik. Ich muss mich zurückhalten, nicht zu singen. Ich werde ihn nun umbringen und dabei fröhlich singen. Oh, fuck. Es tut mir leid. Okay, schuldig. Ich hätte mich auch eingesperrt, hätte ich mich singen gehört. So, jetzt aber, 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 jetzt aber. Nichts passiert. Nein, du hast keinen Dolch gerochen. Okay. Hoch, 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 hoch. Verdammt nochmal. Fast hätte ich dich umgebracht. Hoch den Dolch, hoch den Dolch. Vielleicht ein paar Pirakappeln einschmeißen. Dann kriegst du den Dolch schneller hoch. Ja, ja, ja. Yes! Ich bin der neue König, glaube ich. Ja, Spiel durchgespielt. Natürlich, wir ziehen seinen Körper auch noch an. Was ist das denn für ein krankes Spiel? Oh, okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Hä? Hä? Ach, ich muss jetzt als König gucken, wann er mich angreift. Oh, oh. Erwischt. Ich muss sagen, König sein macht mehr Spaß. Oh, da kommt der Nächste. Okay, okay. Oh, oh, oh. Ja, da guckst du froh nicht, was? Aber ich konnte deine Witze noch nie leiden. Da muss man nicht gleich töten, verdammt nochmal. Aber du wirst getötet. Oh, Alfred. Ich bin genauso schockiert wie sie, Alfred. Weg mit dir. Gott, wir haben hier schon, ne? Gleich ein Ace. Oh, da kommt er mit seinen Fingernägen. Wer du bist, weiß ich gar nicht. Alfred schon, aber wer zum Teufel bist du? Ach, du schon wieder. Verdammt nochmal. Hast du etwa eine Anti-Bewährungskarte gehabt, oder was? Ich bin der König, du musst über sowas lachen, okay? Ich weiß gar nicht, ob ich noch husten kann, oder ob ich mich nur umdrehen kann, wie ein Irrer. So, gleich haben wir's. Das war ja schon ein Pentakill, was? Ich hab zwar keine Ahnung, was ein Pentakill ist, aber ich darf sowas sagen. Auch wenn ich keine Ahnung habe von der Sache, denn ich bin der König. Und gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's. Mäh. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und da ist mein Gemach. Hör, da ist mein Gemach, verdammt nochmal, der wird mich jetzt da reinverfolgen, oder? Komm schon, komm schon. Oh, Mann. Spiel mal Windows Infinity. Alles klar, willkommen, Freunde, zu Windows Infinity. Oh nein, schon wieder irgendein dummer Fehler. Äh, fataler Error, lol, blablabla, verdammt nochmal, das System ist, wie sonst was. Do you wish to continue? Ja, ja, ich möchte, ich möchte das Spiel spielen. QWERTY, also, scheiße. Da ist der Hacker anscheinend, der sich reinhackt in mein System auf der Tastatur eingeschlafen. Hey, wach auf, komm schon, hackt wenigstens meine Rechte, dann hab ich wenigstens etwas zu zeigen. Spam. Oh Gott. Oh, wir haben's geschafft. Es ist Freitag, 15.46. Der 6. November. Ja, so Freunde, ähm, type your name below. Oh, ähm, ich bin der OlliLP, hallo. Ich bin 16 Charaktere, ich würd gern mein Profilbild ändern, denn so seh ich tatsächlich nicht aus. Vielleicht mit Mütze. Name, regressor Exist, perform an illegal operation, and will be shut down, sorry for... Nein, 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 ich bin's, ich schwöre. Oh, komm schon. Oh nein, Blue Screen. Oh Leute, gleich geht's wirklich los mit dem Spiel, okay, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. Hm, okay. Das sind noch wenig Probleme, das sind noch wenig Probleme, man hat eigentlich viel mehr, man hat eigentlich viel mehr, okay. Ähm, okay, ähm, okay, ja, danke, 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 das ist Sparta, Euro 300. Höramt! Die werden immer kreativer, die Fehlermeldungen. So, ich würd' mich gern anmelden, HollyLP, dankeschön. Ha, gleich haben wir's, gleich haben wir's, ein bisschen peinlich jetzt gerade. Okay, ähm, tja, ich, das Spiel gibt es wahrscheinlich bei Google, Google Premium. Ähm, das Spiel heißt Windows Infinity. Ähm, Google-Zertschluss. Jack Norris Facts. Is it Tuesday? Rainbow Pool. Anscheinend gibt es das Spiel gar nicht. Na, dann schauen wir uns ein paar Jack Norris Fakten an. Jack Norris makes onions cry. Jack Norris bringt Zwiebeln zum Bein. Jack Norris can build a snowman out of rare. Jack Norris kann einen Schneemann aus Regen wissen. Jack Norris hat zweimal bis unendlich gezählt. Ha. Jack Norris kann durch null teilen. Okay, spielen wir doch ein bisschen Error Maker. You can't do that, it's not allowed. Wir haben einen Fehler bekommen. Es dauert, manchmal läuft das Spiel, manchmal nicht, manchmal kommen ziemlich viele Errors. Ehrlich gesagt hab ich das Spiel noch nie zum Laufen gebracht, aber, hm? Oh, das ist das, ach, sehr mal. Okay, dann lass uns mal ganz kurz in seinem PC. You can't do that, it's not allowed. Dann lass uns was painten. Ähm, ähm, vielleicht gibt's ja ein bisschen Musik. Ja, das ist meine Lieblingsband. Neutralize, everything is neutralized. Wirklich wunderbar, wunderbarer Song. Ähm, außerdem haben wir ja noch Oh My Fucking God Dogs von Bushido. Oh mein Gott, da sind Hunde in meinem Ghetto. Yeah, ich geh jetzt mal zu Netto. Das ist, ich liebe die Songtexte. Was haben wir hier, was hab ich geschrieben? Okay, oh nein, verdammt nochmal. Weg damit. Here's your daily word. Goomba, have a nice day. AAAAAAAH! Explosive entrance, it's, it looks like you're not writing a letter. I think you should. Oh, Goomba is happy. Goomba is happy. Happy, happy, äh, Goombas. So, das wär's auch für heute. Kann ich dich ziehen? Dankeschön. Äh, would you like to, äh, ja, ja, du kannst mir ruhig helfen. Eine andere war, hatte ich ja nicht. I can't help you at all. Do you see me? How do you expect a damn paper clip to help you? Hahaha. 1-0 für dich, 1-0 für dich, 1-0 für dich, 1-0 für dich, ja, ähm, don't write on me. Oh, doch, das werden wir, ähm, kann man die MS-Config öffnen? Können wir die finden? Die MS-Config? Komm schon. Oh. Na, nach nem Neustart funktioniert meistens, nach nem Neustart funktioniert's meistens. Gleich haben wir's. Ach, PCs, ne? Gut. Alles klar. Da haben wir's. Holly-LP. Ja, mein, geht das anbinden. Schnell. Sehr schön. Hab ich sonst eigentlich, der Mikael, die drücken. Newsfeed geht auch nicht. Hm, klick her, du wirst du. My Profile. Nein, danke. Äh, welcome center. Oh, okay. Ah, verdammt, schon wieder Blue Screen. Da war der PC bisschen überfordert. Nein, ich hab, ich hab halt ne schlechtere Grafik hatte, deswegen kann ich auch die Tour nicht machen. Blue Screen heißt, performt eine illegale Operation and will be stopped. Nein! Äh, was machst du hier? Show random, take my random error. Okay, when life gives you lemons, make lemonade. Ah, okay. Unknown heart error, okay. Lass mal den PC nochmal neu starten, verdammt nochmal. Das ist natürlich, so kann ich nicht arbeiten, so kann ich nicht arbeiten, verdammt. Und ich wollte gerade euch Windows Infinity zeigen, das Spielchen. Das ist eigentlich sehr witzig. Da geht's darum, dass du, ähm, im Internet halt so ein, ist ein Browserspiel. Da spielst du halt so, als würdest du einen Rechner haben und der stürzt dann immer ständig ab und alles mögliche. Richtig witzig, das Ganze. Ähm, zeig mal alle Programme. Haben wir hier was Erotisches? 169 tag sorry mario but your princess ist in another castle ich bin ziemlich witzig okay dubstep aber mag ich eigentlich nicht so gut und dann lass uns mal nach katzen suchen cats i feel lucky click generate to a totally random color also das ist spannend was kann als nächstes kommen was kann als nächstes kommen ich wette zehn euro ich 50 auf rot 50 auf rot ihr könnt jetzt auch wetten los wettet und nein blau ah verdammt komm rückspiel doppelt oder nichts doppelt oder nichts ich tippe wieder auf rot fast 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 was durch das war's mit dem trash im jahr sei doch nicht traurig poste doch bald ein spiel und ja dann schaue ich ob es nicht vielleicht beim nächsten mal spiele denn schlechte spiele davon